wir haben heute die 10er belohnungs box von den challenges die es heute am dienstag den 17 9 2024 in nba 2k 25 team gab und möchte euch erinnern dass ihr mal auf das zeit limit achtet denn wir hatten hier einige leute bei uns in der community die leider die letzten challenges für die gems of the game nicht rechtzeitig fertig machen konnten ich sehe es jetzt leider nicht mehr checkt es bitte für euch noch mal in eurem game ab ob da ein timer war ich glaube nämlich schon was kann man in dieser coolen collection alles bekommen schauen wir einmal ganz kurz rein nein dies edition das ist die greatest era 90s edition also es wird wahrscheinlich auch 2000 ergeben 2010 2020 je nachdem wie viel geld okay einnehmen möchte wir haben eine chance auf einen pink diamond chris mallin einer der besten shooting guards haben wahrscheinlich im game der coleman center power forward 6 foot 10 hat einen 92er dreier und sechs hall of hand plaketten darunter ziegelwand und setshot spezialist das ist absolut wahnsinn rente shooting guards mall forward mit guter defense gute offense zwei meter drei hat einen dreier ist schnell er könnte auch richtig reinknallen wenn man den bekommt genauso wie ronny sie kelly keine ahnung wie man den kollegen ausspricht zwei meter zwei meter eleven tun wir ja 6 foot 11 6 foot das ist nun mal 6 11 ja 6 11 und hat einen c plus 3 ja das ist am ende 70 wäre noch okay ich habe jetzt aktuell in meinem team jeff rulland er hat auch irgendwie 74 75 oder so das geht schon klar habe allerdings mit rulland online noch kein dreier reingemacht das will ich zu noch sagen lateral spieler sieht lateral spieler mann die aussprache ist ja richtig heftig sieht ganz gut aus all handling 78 als shooting guard will ich jetzt nicht so small ford will ich nicht spielen sieht ein bisschen kleiner aus mit 1 96 auf gar keinen fall und kenny anderson point guard shooting guard die fans noch grad so ok naja 84 96 ball handling defense ist nicht so gut aber es mordschnell 89 perimeter defense ist dann doch ganz gut aber hier blocken die defense in der zone 40 dank aus der bewegung das heißt es wird auch schwierig ja mal sehen was wir da rauskriegen wahrscheinlich nichts wahrscheinlich nichts man muss immer realistisch bleiben diese packs bei 2k die sind ja meistens nicht so gut waren das sind jetzt keine deluxe packs oder so wahrscheinlich kriegen wir sehr sehr viele von den normalen karten rein wir öffnen jetzt einfach mal das ding und schauen was dabei rumkommt let's go 90s edition 10 packs es ist chris mollen drauf und jetzt hätte ich gerne einen guten pull wir kriegen in dem ersten pack eine gold karte werden ganz gut wenn wir immer an karten bekommen die wir noch nicht haben die wir in unsere collection checken können die wir für den die aufträge für die exhibitions benutzen können oder halt geile plaketten für unsere spieler für den des auktions haus was auch immer ja aktuell sieht es nicht gut aus im pack nummer drei haben wir kein shakes ich habe mir jetzt einige pack openings angeguckt und es sind nicht viele gute karten dabei das beste was ich gesehen habe war eine amethyst karte und das sind dann halt diese normalen series one karten jetzt habe ich domantes zur bonus saffier karte aktuell der beste pull wir sind jetzt im fünften pack das ist jetzt schon halbzeit und es ist aj green von den milwaukee bugs rebound jäger auf bronze das nehme ich mit ich gucke echt schon mittlerweile mehr auf die plaketten als auf die spieler sechstes pack ist wieder nicht jd davidson und das ist echt trash was wir bekommen und dafür hat man ungefähr anderthalb stunden gespielt okay was machen wir jonathan isaac posterizer okay wir haben noch drei packs 8 9 und 10 smarag zwei spieler und einen erwin mobily den habe ich schon über und jäger auf silber über und jäger ist glaube ich nicht so teuer bringt uns nicht so viel das ist das vorletzte pack jonathan mokbo wer auch immer das ist letztes pack lasst uns beten und wir bekommen nichts josh okogi okogi kryptonite entfesselt bringt eh nichts bis ich habe kein takeover online bis jetzt gehabt das war absolut gar nichts wir müssen ihn verkaufen haben wir hier vielleicht was was wir öfter sammeln austauschen können nehmen haben wir nicht okay wir müssen alles verkaufen hawks playbook naja wird auch nichts wert sein denke ich mal wir verkaufen einfach alles scheißen drauf und nehmen das jetzt einfach mal so mit als erfahrung für zukünftige agendas die wir noch bekommen ich habe noch ein paar einzelne packs bekommen von three point royalty da war auch nichts drin obwohl das deluxe packs waren das war ja diese ganze collection mit 45 spielern drin wo man hätte glenn rice kyle cover und sowas ziehen können jetzt mache ich gerade noch die challenges für das kareem set mal gucken ob da was drin ist das sind ja auch deluxe packs da war die collection nicht so groß werde ich euch updaten wenn da was geiles dabei war bis hierhin sollst du es erst mal gewesen sein lassen like auf das video da wenn es dir gefallen hat und dann bedanke ich mich fürs zusehen